So, ich hab jetzt mal... Hä, was ist jetzt? Hä, F12? Hä, ich hab jetzt nur Aufnahmen gedrückt? Nein, zack, bloß ist das Reload, Alter, ich rasch aus! F9 war es, meine, ich hab' ich gedrückt. Der Neuglader, oder? F9 war es, meine, ich hab' ich gedrückt, Alter, ich hab' ich gedrückt, Alter, das kann ja nicht mehr wahr sein. Oh Gott! warum denn ja doch den letzten verschissene spielstand den ich hatte 5 28 jahre denn das kann nicht wahr sein leute das spielt also mal 28 minuten lang nach oder was ja danke ich komme ja nicht rein ich finde es nicht die tür ist so das scheiß rätsel die tür ist so weiß kennt man kann der seine da muss es sein weil ich mit dem scheiß gewurz zahmer alter ich drehe am rad komm f*** dich alter ja komm mach das ist mir scheißegal jetzt ja zwei kilometer ok klar logisch was soll denn die scheiße jetzt schau mal weiter weg junge 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 also ich setze jetzt eh gleich in karte ich krieg schon der kopf schmerzen muss man einlesen vielleicht vielleicht mir dazu blöd muss ich diese komische gewürz finden für jedes verschissene bruderschaftsteile rätselöser ich weiß es nicht nein warte mal mach doch die scheiße da weg kann ich jetzt zu gaul habe jetzt steigt doch kruppmann mowgli ich sage es gibt mal gas sonst brauchen wir noch 20 jahre bis wir da drüben sind als untersehen den schnellreise punkt ja elsek es wird die fresse auf k лет was wird man weiter erholte ich halt mein mann mann das nervt ab feuer pferdchen da muss ich hoch ach du kacke warum der kratz du kannst du nicht fest kann man sich nicht festhalten geht nicht gleich zu viel Das ist schon schlimmer wie ich mit einem Reiß-Zier-Retorn, Alter. Was bist du für ein Affe? Obwohl da drüben sind ganz viele Steinen rausbrauchen, da kommt sich doch bestimmt fest da, mit deinem kleinen Gehirn. Alter, das gibt's nicht. Ja, jetzt hoch, hopp. Das wollen wir mal einen schnellen Reißpunkt brauchen, lass mal gleich hin. Ja, aber das ist nicht mit der Bruderschaft, ich check's null. Ich, ich hab da grad gar kein Verständnis dafür. Soll ich jetzt noch herkommen und 20.000 Gewürze sammeln? Junge, was machst du? Bist du blöd, oder was? Slider in deinen Tod rein! Von Ubisoft sowas. Ich hab's hunderttausendmal gesagt, mach die Scheiße weg. Ich will kein Mensch sehen. Ja, jetzt springen. Echt jetzt? Oh, hier gibt's was. Ich weiß zwar jetzt, warum wir den Umbringer, aber... ...hut, von mir aus. Ich weiß zwar jetzt, warum wir den Umbringer, aber... ...hut, von mir aus. Wo bin ich denn da rein gerade? Wo bin ich denn da rein gerade? Hier! Wup, wup! Komm! Merkwürdig. Finde ich auch. Augenblick! Schön, wie er's noch weg trägt. Wenn ich gestorbe er dabei... Ja, viel Spaß dabei. Hilfsmittel aufgebraucht, ich glaub's nicht. Ah, ein Wurfmesser. Ich hab da so ne Vermutung. Woop! So. Ich hab da noch was interessantes. Außer sagen, den Luftflieger. Aha, verarscht. Was? Wird? Ja, okay, das weiß ich schon noch einer, als können wir uns noch Kampfgünste übermachen. Und so blöd sind. Das Hund verfolgt uns. Ich würde dich finden. Huch, raus aus dem Feuer. Der ist dabei rumleuchtet der. Oh, cool. Na, ganz schön, wir müssen mehr Eis haben. Ich guck, was er noch rumlegt. Junge, durch. Okay, glaub ich hab da nen Plan. Warte. Warte. I have an idea. Fragen. Mitnehmen. Lalalala. Tadaa! Der Hexenmagier. Nur kurz, wann bis aufhört zu brennen. Perfekt. Ich hab keine Ahnung, wo ich hier reingeraten bin, ne? Ich hab keine Ahnung, wo ich hier reingeraten bin, ne? So, jetzt ist es nur einer. Nein. Ganz sneaky, mein Freund. Oh, da sind noch ein paar. Ah, du bist uns eliminieren. Lalalala. Lalalala. Ah. Wahrscheinlich hat man hier halt auch nichts dagegen, ne? Dein Schicksal ist besiegelt. Tadaa! Hm? Geil. Voll die Goldrufe. Ah, das ist nicht schön. Ne goldne Kiste. Ah, traubehaft. Ja. Haben hier gesagt, dass ich meine Nachrichtung alle ausgeschaltet sind, Mann! Kannst doch irgendwas her, ne? Ah, da oben ist noch was. Jetzt geht doch doch hoch, du Mowgli, Alter. Junge. Wenigstens, das haben sie ja verstanden. Mit Schatz hinterm Wasserfall. Was war denn jetzt so zugute, Alter? Und da war aber noch eine Tür, weil ich da durchkomme. Will ich vorher testen noch. Sekunde. Was? Bin wir eben, ne? Ähm. Ja, als ob dich durchquetschen musst du mal in der Panzer, da pass ich quer durch. Echt? Ne, irgendwie gehen die Tür im Generalkraftnam an dem Spiel. Alles kaputt. Ja, nur komme ich in keine Bruderschaft rein, du scheiß Gehirn. Das ist ein komplett unterschiedlicher Bruder. Oh Gott, ich rasch da aus. Dann muss ich die erst alle nacheinander freischalten, oder was? Jesus. Ich bin glück. Ich bin glück. Ich bin glück. Also ich bin glück. Na die Tür ist ganz glück. Achso, Hüpfer kann ich das nicht, ne? Einmal so da lang. Halt die Fresse. Beweg dich einfach. Ach, Pferdi. Ich kann doch auch nichts dafür. Da kann ich jetzt schnell Reise hinmachen zu der Bruderschaft. Jetzt gucken wir uns mal kurz. Ja, da geht's. Ich kann die anderen nicht. Oh, ich muss ja auch schon mal auf den Trichter kommen. Ich dachte, du denkst, das ist ein zentraler Punkt, den du immer hin kannst. Ne, wird unterschiedlich auch noch. Gott, hab nichts gesagt, sorry. Ja, Pferd ist schon kaputt. Geht das eigentlich? Ne, geht auf. Was siehst du, Sadiki? Mach doch die Scheiße weg. Vollener Rang. Eingeweider. Ah, das sieht gar nichts. Das blend. Achtung, muss ja mal durch. Durch die Scheinproduktionsstätte. Ach, jetzt ist Pferd in Osso wieder gedrosselt wegen GPS-abhängiger Koordinaten. Kann ja nicht wahr sein. Darf ich durch oder wird ich gleich abgestochen? Passt doch mal auf. Also, Gaul. Passt Feierabend. Ups, wie ist denn das passiert? Was für ein fataler Fehler. Ne, will ich gleich wieder alle umbringen, Mann. Ja, ich will so ein Marktbriller. Ich weiß. Wenn wir zu alt für sowas sind. So, nächste rechts. Hallo. Was ihm? Du bist es wirklich? Ja. Ne, Hull. Ich... Ja, du weißt es nicht. Ich weiß nicht, Sadiki. Aber feig, oder? Es tut mir so leid wie dir. Ich habe dir so viel zu erzählen. Und ich dir. Wir werden einander eine Audienz gewähren. Doch zuerst muss ich etwas wissen. Ja. Warum bist du wie ein Bauer gekleidet? Putze. Stress. Wie leichter ich dir weniger zu erzählen, als ich dachte. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, wie die Zeit ohne mich für dich war. Entspannt. Du lebst doch hoffentlich nicht hier, oder? Weniger leben. Mehr arbeiten. Woran? Wann mal nach rein? Woher kenne ich das? Künstlerin. Du hast es gesehen. Auf diesem Ding aus dem Winterpalast. Ich habe versucht, mich an alle Besonderheiten zu erinnern. Du hast dich die ganze Zeit mit diesem Zeichen beschäftigt? Warum? Weil auch ich es schon einmal sah. Ich weiß nicht mehr, wo oder wann. Nur, dass ich es kenne. Was es auch sein mag, es ruft nach mir. Ich habe vor, sein Geheimnis zu lüften. Und du solltest das auch. Na, aber natürlich, Ruf und Pflicht. Ich weiß, dass es es ist. Hör schon auf. Kleiderhaken. Ich werde es im Kopf behalten, wenn du dann mehr Zeit außerhalb dieser muffigen Mauern verbringst als dahinter. Du sorgst dich wirklich um jeden, oder, Basim? Wir sehen uns dann. Der Orden der Ältesten ist noch längst nicht besiegt. Meisterin Roshan würde tatsächlich schon ein Schwer aus dem Seeost. Und vielleicht sollte ich dich etwas genauer mit Nihals Besessenheit beschäftigen. Wie es scheint, versucht Nihal herauszufinden, wo sich eine geheime Kammer befindet. Dann gucken wir doch mal, ob man den Beklavokörner... Diese Person sieht verdächtig aus. Das sehe ich mir mal an. Ja, ja, als üblicher wird er... Hallo! Na gut, er hat uns noch einen Weg gefahren. Oh Gott, sind die Agro. Wer ist? Aua! Nicht eine Scherbe. Klar. Wenn das dein Arsch mal bewegen würde, dann würde es auch schneller gehen. Hi, Jungs. Mach's weg. Was denn? Steig auf! Ab! Yalla, yalla! Oder wie war das vorhin? Mann, warum das Pferd? Innerorts Tempo-Begrenzung. Spring! Höre, rin. So weit rüber, okay. Wo ist man jetzt hin? 2000 Meter. Was für ein Nebengeschäft. So folgen wir denn überhaupt? Nee, am Arsch, Alter. Jetzt aber noch die Weltkarte. Geh da hin. Mach schnell Reise. Da laufe ich jetzt nicht lang. Bin ich gestört. Oh, Alter. Die bucht mich selber. Haut aus dem Maul, du. Als ich was fünfte, sechste Maul. Die so... Oh, die Spiele wurden abgestürzt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nichts geschlagen. Niemand dagegen gekommen. Ich habe einfach nur noch geschweint. Mein Name war Freilauf. Klasse. Ja, jetzt spring doch. Das ist doch kein Schwein, Alter. Hallo? Oh. Oh. Wirklich nicht, nein? Hä, war ich ja nicht schon? Äh? Ruderschaftshaus und CD an der Tafel. Ich komme da aber nicht rein. Oh, ich drehe durch. Ich drehe durch. Jetzt geht doch der Ründer. Reisende von nah und fern. Reisende von fern und nah. Auf solche wiederzulassen. Dann wisse, dass wir Schaffer im Harbiere doch nach Nithern suchen. Binde ist unserer hohen reichen Stadt. Wir gehen gerade einmal rein. Warum komme ich da nicht rein? Oh. Oh. Hör doch auch schon. Alter, ich, ich, ich drehe am Rad. Mal deine Schnellreise. Herrgottstu. Junge, 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 Junge. Ja, jetzt geht doch doch runter, du Affe. Oh, da komme ich rein. Surprise. Hab keine Hilfs mit mir. Ich flippe aus. Dein Muttermann. Ich bin sehr gepriesen. Gut, dass du wohlauf bist. Gepriesen sei Allah, der erste von vielen noch kommenden Erfolgen. Das können wir nur hoffen. Es gibt noch viel zu tun. Während wir auf El-Khol konzentriert waren, suchte Fulad in aller Stille nach Orten für weitere Bruderschaftshäuser. Ich habe in drei Bezirken höchst unauffällige Behausungen gefunden. Tabit und Rivka sind aus Alamut gekommen und auf dem Weg nach El-Abbasiyah und El-Karj. Ich breche bald nach Ascharkir auf. Und ich schließe mich Rivka in El-Karj an, wo Bestechlichkeit so normal ist wie trockene Luft. Sprich mit Abu Jafar über die Dinge, an denen er arbeitet, und dann komm zu uns. Sieh dich um, Basim. Ich habe vielleicht etwas, das dich interessiert. Ich glaube, es gibt weniger. Blastfeind lautloses Geschoss, das zum Einschlafen bringt. Kann gepasst werden, um zu vergiften oder zu jede Garage zu bringen. Bauchbombe, Falle, Lärmer, Ah, kann ich freischalten, okay. Das sollte mir dienlich sein. Vielen Dank, Ahmad. Ich bin Abu Jafar. Du scherzt. Von Zeit zu Zeit. Bis später dann, Abu Jafar. Pass auf dich auf. Du auch, Basim. Auftragstafel. Ach so, das sind auch so, 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 so. Kopf des Ordens. Sind wir jetzt bestiegen, dass wir sind Bagdad im Kopf des Ordens. Der Ältesten gibt es jetzt in der Nachforschung fort und enttarnen die Ordensmitglieder, die in dem Bezirken Bagdas arbeiten, um mehr Hinweise zur Identität dieses Oberhaupts des Ordens frei zu erhalten. Was ist mit dem? Was für Bücher? Das ist ein Side-Quest, es geht beim Marsch vorbei. Mach mal das. Gut, wenn wir in der nächsten Aufnahme selbst, dann können wir auch in der Tengelsdurchschein mit dabei sein. Dann bist du nächstes Mal bei Assassin's Street Bug Rush. Oh, krieg ich das richtig? Perfekt. Und bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss. Und bis dahin, auf Wiedersehen.